Was geht ab, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Plagtail Innocence. So, wir haben es bis hierher geschafft. Der Karin steht vor der Tür und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Der tapfere Rodrik, der wirklich tapfere Rodrik, hat es möglich gemacht, dass wir überhaupt überleben. Weil er so tapfer ist, hat er auch den Titel, hat er auch den Titel. Willkommen für dieses Let's Play. Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße, scheiße! Ugo, komm jetzt, wir müssen weiter. Oh, der arme. Ach, nö. Nein. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Das hört mal. Es ist vorbei, Ugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Aber sie bahnen unseren Weg. Ach ja? Wie denn? Äh, so. Ähm, wie machst du? Wir halten uns auch den Rücken somit frei, eigentlich, oder? So. Wer hat mich damit beworfen? Ja. Ja. Lauf nur. Das wird ein Spaß. Und tschüss. Ist schon von Vorteil, wenn man so eine Rattenarmee hat, wa? Was ist es? Was? Was ist da drüben? Was? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Shit. Wir sind da. Die Kathedrale! Verdammt! Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Nein! erst mal ein bisschen looten es fühlt sich langsam wie das ende an muss ich schon sagen es fühlt sich langsam nach dem ende an oder was macht ihr Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, Mann! Soll ich nochmal ein bisschen looten? Soll ich nochmal ein bisschen looten? Dramatik pur auf jeden Fall von der Musik her. Soll ich nochmal ein bisschen looten? Soll ich näher den Cristo durchf Minh qu 더�? Soll ich nochmal ein bisschen looten? Du weißt, ich war doch dahinter in Deckung, Leute, oder? Ich war doch dahinter in Deckung. Das ist doch verarscht, Alter. Mach ich mal hier einen Cut. So, ich glaube, es ist jetzt geschafft zu haben. Man sollte seitlich angreifen. Ich habe da hinten auch schon das Feuer gelöscht. Vielleicht darf ich hier mal einen vornehmen. Das könnte man auch noch mal versuchen. Wieso? Kann man so sagen, dass man ja vom hohen Ross fällt. Wir haben auch hinten den Loot noch geholt. Also ich habe den Loot hinten noch geholt. Schauen wir uns noch mal genau um, weil ich glaube, jetzt so langsam sind wir am Ende angekommen. Ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Das ist eine grobe Schätzung. Ich hatte mich ja schon mal damit ein bisschen zu früh auseinandergesetzt, dass es den Halt wirklich zu Ende geht. Wir sind da. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Ja. Er fängt gleich an. Gehen wir vor. Mama ist da drin. Noch mal Bewaffnen hier draußen. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Raten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Helft uns, Männer. Ich kriege euch vor. Danke. Was? Es geht weiter. Es geht einfach weiter. Gehen wir, Ugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Raten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Komm schnell. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, wie hole ich sie? Oder ich lasse die Ratten kommen. Und schieße auf die Bogenschütze. Gehen wir, Ugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Raten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Okay. Na, komm. Was? Och man, Ben, Alter. Halt doch auf damit. Gehen wir, Ugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Raten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Was ist denn da hinten? Dann ein Weinstein Ok 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 Oh shit Oh shit Oh shit Schöne Familie Melly Hilf mir, es darf niemand herein Ok 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 Leute, das war's an dieser Stelle Ich hoffe es hat euch genau so gefallen wie mir Support ist kein Mord, Zaube fürs oft zu sterben Und ein bisschen ruhiger in Let's Play Bis dann in dieser Folge, halt rein Outro Outro Outro